Mazda hat das Sondermodell MX-5 Caminari auf den Markt gebracht. Für den klassischen Roadster mit Stoffverdeck und das Roadster Coupé mit elektrischem Klappdach hält das auf 900 Einheiten limitierte Sondermodell einige exklusive Ausstattungsdetails bereit, die das Offenfahren noch attraktiver gestalten. Die Sonderedition des lächelnden kleinen Flitzers basiert auf der Ausstattungslinie Centerline, mit Technikpaket, bestehend aus Klimaanlage, Geschwindigkeitsregelanlage, Freisprecheinrichtung und Bluetooth. Caminari. Was bedeutet das eigentlich? Die japanischen Vokabeln gelernt hat Mazda-PR-Chef Jochen Münzinger. Caminari steht im Japanischen für Donner. Also wir haben eigentlich auch bei uns Tradition, dass die Sondermodellnamen, gerade beim MX-5 immer eine japanische Bedeutung haben. Und wie gesagt, Caminari steht für Donner, was nicht heißen soll, dass man mit dem Auto nur bei Gewitter oder so fahren soll, sondern es ist halt der Roadster, den man gerne offen fährt bei so einem Wetter wie heute, hier jetzt auch. Außen unterscheidet sich das Sondermodell von der Serie durch Chrom-Applikationen an der Frontgrill-Einfassung, den Türblenden und den Scheinwerfer einsetzen. Für den MX-5 Caminari stehen die drei Farben Pluto-Silbermetallic, Anubis-Schwarzmetallic und Uranus-Grau-Metallic zur Wahl. Der neue MX-5 rollt auf 17 Zoll Leichtmetallfelden vor. Eine Domstrebe erhöht die Torsionsfestigkeit der Karosserie zusätzlich und sorgt insbesondere bei Kurvenfahrten für ein dynamischeres und direkteres Fahrverhalten. Das Sondermodell verfügt über in einem eleganten, grau gehaltenen Ledersitze. In der Türinnenverkleidung setzt sich der Farbton der Sitze fort. Mittels einer fünfstufigen Heizung können die Sitze an kühlen Frühlingstagen auf die richtige Temperatur gebracht werden. In beiden Karosserie-Varianten, also mit Stoff oder als Coupé, kommt der MX-5 mit einem 1,8 Liter MZR-Benzinmotor, der 126 PS leistet. Der Roadster ist zum Preis von 23.490 Euro erhältlich. Das Roadster Coupé kostet 25.090 Euro. In beiden Fällen beträgt der Kundenvorteil 1.300 Euro. Die Kilburgruppe kostet 25.090 Euro. Er war letzten ins Bermeisterwerk mit. comebackst York für eines Wachbibler. FDP-Benzinmotor undanbrotelung. Das erstél in den letzten Stunden surfaces geschaffen. Undalia foot. Aufnahzem Come favoritaus 무� Council. wheыхgl darüber sage ich, Vielen Dank.